Hey, bist du über 40 und hast überhaupt keine Lust auf mehr Falten und schlaffer werdende Haut oder vielleicht die Hängebäckchen und Winkearme? Bist du interessiert zu erfahren, was wirklich hilft und was dagegen nur Märchen sind? Wenn ja, dann bleib kurz dran. Wenn du aber zu denen gehörst, die meinen, das sei eben so über 40 und man müsse in Würde altern, dann klick bitte gleich weiter, dann ist das hier nichts für dich. Vielleicht kennst du das. Bis gefühlt gestern warst du völlig zufrieden mit deinem Aussehen. Und jetzt findest du immer mehr Fältchen und Falten, wenn du in den Spiegel schaust. Einige davon lassen dich müde und mürrisch aussehen, was dir echt die Laune verderben kann. Stellst du dir die Frage, ob Ärmel los oder Hotpants außer am Strand, im Ausland, wo dich niemand kennt, noch geht? Und das jetzt, wo du eine total coole Frau bist, die noch so viel Spaß haben und das Leben jetzt in den nächsten Jahren in vollen Zügen genießen will? Wie wäre es mit straffer, schöner Haut und schönen festen Armen und Beinen? Sagt man dir auch, dafür musst du jeden Tag trainieren gehen? Oder die Spritze beim Doc ist jetzt nicht mehr vermeidbar? Oder hast du vielleicht eine Kosmetikerin, die dir immer wieder verspricht, die Behandlung, die sie anbietet, bügelt alles wieder glatt? Kann es sein, dass du schon gegoogelt hast und dabei auf die vielen Kollagenprodukte gestoßen bist, die jetzt alle versprechen, dass es mit der Einnahme die Lösung ist? Was würdest du sagen, wenn ich tatsächlich den dauerhaften, funktionierenden Weg gefunden hätte, mit dem wir sichtbar und fühlbar jünger aussehen können? Und das ohne schmerzhafte Eingriffe oder ein Vermögen dafür ausgeben zu müssen? Was, wenn ich dir genau zeigen kann, wie es bei mir und vielen meiner Klientinnen und Klienten funktioniert? Und was eben nicht hilft, trotz viel Werbung dafür? Stell dir vor, niemand zieht dir mehr künftig das Geld aus der Tasche, ohne dass du bekommst, was du dir wünschst. Stattdessen erhältst du die eine Lösung, die tatsächlich sichtbar alles verändert und du wirst überall angesprochen, was du denn hast machen lassen, weil du so frisch und glatt aussiehst. Und was noch viel krasser ist, damit verjüngst du nicht nur außen deine Haut, sondern du hast auch Ergebnisse innen, in deinen Körperzellen, was du dadurch merkst, dass du geistig total wie fit bist, deine Gelenke geschmeidig und dehnbar sind, genauso wie dein Energielevel wieder auf höchstem Niveau ist. Wichtig ist, dass du verstehst, das eine Präparat oder die eine Kosmetik können es nicht richten, egal was man dir verspricht, es liegt an unserem Körper im Inneren. Wir beginnen ab Mitte 20 immer weniger Kollagen zu produzieren und mit 50 haben wir schon 30% weniger. Auch Q10 produziert der Körper immer weniger ab ca. 30. Das hat großen Einfluss auf unseren Körper, denn wir bestehen zu einem Drittel aus Kollagen und unsere Haut besteht sogar zu 80% aus Kollagen. Jetzt aber einfach Kollagen und Q10 einzuwerfen, wird nichts ändern. Vielmehr ist es wichtig zu verstehen, dass es mehr als 16 Kollagentypen gibt, die alle für etwas anderes zuständig sind. Einige davon bringen sogar unsere Hormone wieder ins Gleichgewicht. Das ist auch wichtig für die Haut. Sehr viel wichtiger ist aber zu wissen, was das eingenommene Kollagen sofort wieder zerstört und was den Alterungsprozess in unserem Körper richtig schnell antriggert. Wie ich jeden Tag vielen Frauen helfe, zu straffen Körpern, toller Ausstrahlung und voller Energie zu kommen, zeige ich dir sehr gern. Willst du es wissen? Dann melde dich jetzt hier unter dem Video zu meinem kostenfreien Webinar ein. Überzeuge dich selbst, was möglich ist und was du dafür alles wissen solltest, damit dir künftig niemand mehr das Geld aus der Tasche zieht. Lass dir dieses Wissen nicht entgehen. Klicke jetzt unter dem Video auf den Link. Melde dich jetzt an zu meinem Webinar. Ich zeige es dir gerne und ich freue mich auf dich. Ja, ich zeige es dir gerne. Untertitelung des ZDF, 2020